und damit schön dass ihr heute wieder eingeschalten habt wie ihr wahrscheinlich hört geht es mir wieder bestens das natürlich sehr schön auch ich freue mich dass mir es wieder perfekt geht das war es dann doch knapp eine ganze woche da wo es mir nicht ganz so gut ging aber jetzt bin ich wieder bei 100 prozent oder sagen wir mal 99 fürs training hat schon wieder gereicht und heute soll es um das neue microsoft surface go 3 gehen das wurde ziemlich frisch vorgestellt von microsoft da ist auch schon windows 11 drauf was natürlich auch sehr cool ist darauf werden wir auch ein bisschen eingehen heute und das ist kein möglich sein das soll natürlich auf die neuen aspekt aspekte von dem gerät eingehen was das besser geworden was nicht sonst hat sie nämlich hat sich nicht ganz so viel verändert darauf kommen wir aber auch später noch und dann natürlich auch der vergleich mit anderen geräten für was ist es gedacht für was nicht ich habe ich mich damals ich war auch damals haben wir überlegen mit die vorgänger das service 2 zu holen da gab es das 3 noch gar nicht wieso ich mich damals dagegen entschieden habe und darauf gehen wir es dann ein und deswegen jetzt viel spaß mit dem video so jetzt erstmal wieso ich mich damals dagegen entschieden hatte ich war auf der suche nach einem tablet bin dann aber auch auf den richten gekommen mir so ein 2 1 gerät zu holen was ja auch das go ist und da hat mir das von service natürlich sehr gut gefallen denn man kann videoschnitte und alles darauf mögliche darauf machen das ist natürlich jetzt wo ich ein macbook habe natürlich keins mehr macht das schon klar aber damals war die lage noch etwas anders mein pc war ok ja es war homeschooling und da war natürlich die überlegung schon da dass man auch mal mobil arbeiten kann weiß sich das ganze wieder ändert wer bestimmt auch keine schlechte entscheidung gewesen das glaube ich bestimmt nicht ich habe mich damals aber für das tempest team entschieden gehabt was ich bis heute nicht bereue weil ich es dann doch eher performance technisch zu schlecht fand darauf werden wir es dann auch noch eingehen beim neuen gerät und weil ich mir der nutzer für entertainment war also der konsument von videos und das war natürlich bei dem tv 7 natürlich ein stückchen besser als auf einem surface da wo auch die performance nicht ganz mithalten kann jetzt natürlich wo ich macbook habe macht das natürlich gar keinen sinn mehr aber trotzdem wollen wir darauf eingehen man kennt schon das alte go 2 und äußerlich hat sich gar nichts verändert es hat noch immer ein sehr sehr gutes display es sieht noch immer gut aus fühlt sich gut an es hat sehr sehr schöne komponenten die man dazu kaufen kann was noch immer nicht recht cool findet auch mit der tastatur das funktioniert sehr sehr gut da hat muss sagen windows echt ein paar sehr sehr coole produkte dazu auch der stift finde ich sehr sehr cool der funktioniert auch ziemlich gut und auch allgemein finde ich das design noch in ordnung auch die bildschirmränder für die gilt das gleiche die sind meiner meinung nach völlig in ordnung natürlich sind das nicht die dünnsten und da geht deutlich mehr aber ich finde es noch völlig im rahmen soll jetzt aber noch zur ausstattungsvariante da gibt es ziemlich verschiedene deswegen muss man sich immer entscheiden auf welche man es eingeht ich gehe jetzt auf die beste ein die kostenpunkt hier liegt bei 680 euro weil ich das ganze jetzt als arbeitsgerät sehen will das ist die aufstattungsvariante 10901 also falls das ist natürlich unten in der infobox verlinkt in der beschreibung welches gerät das ist man könnte auch direkt schauen ob das handelt sich wie gesagt das kostet 680 euro und ist die teuerste variante von dem gerät auf die will ich eingehen dass man hier auch immer das natürlich richtig vergleichen kann das bezieht sich somit nicht auf die günstigen und anderen geräte zuerst noch zur größe dies identisch wie im letzten jahr allgemein wie alles andere auch er mit 10,5 zoll von dem display her fast 800 gramm an gewicht natürlich die magnesium legierung die sehr gut aussieht und den kickstand von hinten der ganz typische für surface das alles wie immer auch zwei mikrofone und zwei kameras die eingebaut wurden alles wie wir es kennen das gleiche gilt natürlich auch das display wir haben wir eine dpi also dots per inch von 220 das ist alles so wie wir es kennen und wir haben hierbei eine helligkeit von fast 400 candela pro quadratmeter und srgb raum dazu p3 farbraum ganz normal und das über 75 prozent das ist jetzt nicht extrem gut aber auch nicht schlecht so wie wir es einfach gewohnt sind wir haben natürlich die genau gleichen anschlüsse wie davor auch und das ist natürlich nicht gerade maximal bestückt wird schon ein bisschen knapp bestückt sagen aber wir haben den usbc buchse und dann natürlich auch noch den klinkenstecker und dieses connector zum aufladen von surface der ist gar nicht schlecht aber es ist auch nicht das krank ist der mir gefällt er ganz okay aber es ist auch nicht mein liebstes usbc laden ist mir da immer noch lieber jetzt zum wahrscheinlich interessantesten punkt der leistung und da habe ich deutlich mehr erwartet wir haben mit dem neuen intel core i3 und i3 wissen wir es ist nicht das beste aber normal müsste das schon reichen denkt man leider falsch das hat zwar keinen lüfter was ein vorteil ist weil sonst hätte man wahrscheinlich dauerhaft das rauschen wir haben hier nur magere zwei kerne bei dem basisakt von 1,3 gigahertz und dass man damit nicht viel reißen kann ich glaube das ist hier uns allen klar so bei office und web anwendungen ist das tempo nicht gerade das was wir sehen wollen foto und video bearbeitung ist wie immer naja und quasi schwer ausführbar also mit 4k braucht ihr ja gar nicht anfangen das gleiche gilt auch für zocken das macht natürlich auch keinen spaß natürlich minecraft die standardspiele laufen alle dazu haben wir 8 gb ram was das geringste problem an diesem gerät ist dazu aber die leider nur recht kompakte m2 ssd mit nur 120 gb m2 klingt zwar mal gut ist es auch das ist eine sehr sehr schnelle ssd das bringt aber auch nichts wenn man nicht sehr viel drauf speichern kann da muss man dann den speicherkarten leser auf der rückseite hinter dem kickstand verwenden der kann dann bei dem thema helfen und insgesamt muss man da sagen bin ich mit der leistung nicht wirklich zufrieden der akku ist zwar ziemlich gut das ganze lässt sich gute sechs stunden nutzen man hat immer wirklich muss sagen auch ziemlich gute akkulaufzeiten es lässt sich auch mit fast drei stunden ganz okay aufladen aber insgesamt muss ich sagen dass das ganze ist nicht das ist was ich erwarte bei der leistung sechs stunden ist okay da hält man macbook aber deutlich länger und noch mein normales tablet hält länger da muss man sich dann natürlich entscheiden ob das jetzt dann die richtige wahl ist jetzt noch kurz zum zubehör das kennen wir schon ich finde immer den stift ganz hilfreich den kann ich auch jedem empfehlen genauso das gleiche gilt für die tastatur ohne die würde ich das gerät jetzt nicht kaufen das stift kostet schon 70 euro die tastatur und 100 da könnt ihr noch mal hab ich 170 euro drauf rechnen die maus wird 30 euro braucht jetzt nicht unbedingt aber vor allem bei den beiden sachen ist man da gleich mal los weil man sich das komplettpaket vom mausstift und tastatur liegt mal bei 200 euro und da sind wir gleich bei 860 euro für das komplette das finde ich dann schon ein bisschen übertrieben auch wenn wir hier das neue windows 11 haben was mir wirklich sehr gut gefallen hat ich finde das allgemein wirklich echt sehr sehr schön und völlig okay da muss ich sagen da bin ich teilweise schon ein bisschen neidisch weil es wirklich sehr sehr cool aussieht das sieht moderne aus und gefällt mir sehr sehr gut das war es jetzt mit dem video zum surface 3 go 3 ich wollte aber jetzt noch kurz was zu den anderen möglichkeiten sagen entweder man holt sich ein tablet oder laptop der surface ist dazwischen aber es hat auch eine sehr begrenzte die gruppe die keine große performance braucht aber auch nicht der völlige medienkonsument ist da muss man sich natürlich entscheiden ich persönlich bin meiner entscheidung sehr sehr zufrieden ich persönlich würde mir da eher dann für preis ja vielleicht auch ein m1 macbook holen entweder da legt man dann 100 200 oder 100 euro drüber gegenüber wenn man sich das komplettpaket vom surface holt oder einfach einen anderen laptop man bekommt dafür schon easy irgendeinen guten von huawei oder so da gibt es auch eine sehr sehr schöne auswahl wie ich finde und ich glaube dass man besser beraten oder man holt sich eben ein günstiges tablet auch das neue von schaumig gefällt mir sehr sehr gut damit hat man auch einige möglichkeiten mit tastatur und stift ich hoffe das wieder hat euch gefallen ich würde mich sehr über like und abo freuen ich hoffe wir sehen uns im nächsten video wieder bis dahin reingehauen